Was würde passieren, wenn man, habe ich mir vorher überlegt, als ich zugehört habe, was würde passieren, wenn man einfach alle Beamten und Politiker entlassen würde? Also in meinem Leben würde sich nichts verändern, höchstens etwas verbessern, weil die Luft ein bisschen reiner wäre und nicht mehr so viel über den Äther da reinkommen würde. Und dann würde ich vielleicht auch wieder mehr tanzen oder springen oder einfach aus Langeweile im Rhein schwimmen gehen.